Wer von Armut spricht, denkt oft an ferne Länder. Dabei übersehen wir leicht, auch unsere Nachbarn können betroffen sein. Schauen wir nicht mehr weg. Handeln wir. Zu Weihnachten und an allen anderen Tagen des Jahres. Engagierte Schülerinnen und Schüler wollen helfen. Sie sammeln für hilfsbedürftige Familien Kleidung, Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Spielsachen, Bücher und vieles mehr. Jeder Beitrag zählt. In Österreich leben beinahe eine Million Menschen mit einem Einkommen unter der Armutsgrenze. Das dürfen wir nicht einfach hinnehmen. Nicht zu Weihnachten und an keinem anderen Tag des Jahres. Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen verteilen wir Pakete an hilfsbedürftige Familien. Jede Unterstützung zählt. Denn auch viele kleine Beiträge ergeben in Summe ein großartiges Geschenk. Armut geht uns alle an. Denn auch lebt. Das geben wir bald nicht so. Wim Baut, wie bes Schloss her?